Dein Kind fährt sich vehement dagegen, sich seine Schuhe anziehen zu lassen. Super ärgerlich, denn in der Regel werden ja Schuhe immer nur dann angezogen, wenn man gerade irgendwo hin möchte. Doch warum wehren sich viele Kinder gegen das Anziehen? Das kann mehrere Gründe haben. 1. Der Schuh ist zu fest und zu hart und damit nicht so schön biegsam, wie es das Kind gerne zum Laufen hätte. 2. Die Fußweite eines jeden Kindes ist verschieden und daher passt nicht jeder Schuh jedem Kind gleich gut. 3. Der Schuh ist zu klein. Laut einer Studie tragen 65% aller Kinder zu kleine Schuhe, 18% sogar zwei Nummern zu klein. 4. Schuhe tragen ist insgesamt für Kleinkinder eine neue Erfahrung, die das Laufen am Anfang nicht unbedingt leichter macht. Was kann man also tun, wenn das Kind keine Schuhe anziehen will? Ganz wichtig, streng auf keinen Fall. Die hat nur einen kurzfristigen Effekt. Langfristig kann sich sogar eine Schuhunlust entwickeln. Was aber hilft, ist, wenn das Anziehen spannender wird. Mach ein Versteckspiel daraus oder spiel mit deinem Kind Fang, wenn es zum Anziehen wegläuft. Und du zeigst, wie viel Spaß das Schuhe tragen dir macht.